So... Willkommen... Zurück... Uh... Leta... Episode 1... Ich sag ja nie, widerspiegelte Tricks-Spiel, ey... Das ist... Einfach nur Assi, ey... Weil du einfach nicht vorankommst... Du kommst nirgendswo vorbei... Alles liegt im Weg... Und man sieht nix... Weil überall Bären fallen rumdingen... Das ist doch genau das mein Dick... Alles steht im Weg, ey... Man weiß nix wo lang... Ist es dunkel... Gegenstände liegen im Weg... Das ist einfach nur Katze, ey... nachdem... ... Wenn der Gegner füllt so schnell runter, ey... Das ist... Ah, das ist dreifach zu Ah, komm geh hoch, komm, komm hoch hoch Ah, das Spiel ist furchtbar, ey Einfach nur krank Ich stecke so viel Mühe in das Game Edit Ich koche schon vor Wut, Alter Mit dem Schrott Oh, das ist ja eine Puff Haufen Schrott, oh nee Na, ist nicht euer Ernst, ne? Ich brauche Nahrung Oh, die Leiter ist erbrochen, kommen wir nicht mehr hoch Zu Zu Keine Nahrung, ey Komm, ich hab dich, Alter Irgendwann Hebel, nee Ah, fängt die Scheiß sogar hier wieder von vorne an, ey Da hoch kommen wir nicht mehr Hm, das passt in, ey So, was haben wir jetzt hier aufgemacht, hier Ja Ja Ja, schön Ah, hier liegt mal ein Brief Wieder ein Hebel Wieder ein Hebel Nur Hebelschiebereiche Das ist ja nicht mehr feierlich, ey Irgendwann Hebel Irgendwann Hebel Das ist ja nicht mehr Lennen hebel glaubt ihr wusst also so macht ja keinen spaß wenn man immer wieder von vorne anfängt naja, rot da rein, bis dann, bis zum nächsten mal so, willkommen zurück zu Leta Episode 1 und ja, wir sind hier immer noch voll dabei hier ist so eine komplizierte Scheiße hier nie, nie, nie wieder ständig verliert er Energie weiß nicht warum ey Piss dich, du scheiß Dreckskiste hallo Bullshit ey, sag ja du und hier wir mal die Hebel drüben Ach man ständig ist die Scheiß Energie unten Nee, kotzt mich an. Oh nein, ey. Fuck you, ey. Verpiss dich, alter, du blöde Bitch, alter. So, die schnauze voll. Oh, die kommt jetzt nicht so lang, wa? Alter, ich bin ja halbtot und krieg hier rum, ey. Tür ist grün. Ey, ich sag dir, du Alter, wenn du mein Gesichtsausdruck sehen könntest gerade. Boah, wo ist die, alter? Schade, dass ich den Arsch nicht im Ofen schieben kann, Alter. Oh, hier lang. Da liegt so viel Haufen scheiße rum, ey. Mann, ist das die Hölle. Oh, hier lang. Oh, hier lang. Oh. 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 Bevor zweifel hier. Oh. 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 So, nur lang, meine Freunde. Das ist du. Das sind die. Ja, super und jetzt hier runter. Ne, das war ein Fehler. Oh, fuck, ey. Ah, Mann. Ne, ist doch komplett falsch. Das ist so ein Kotzen, ey. Ich mag sowas überhaupt nicht, ey. Wenn man nicht weiß, wo lang. Alles klar, machen wir hier erstmal Stop und sehen uns in der nächsten Runde wieder. Haut rein, bis dann.